Ich bin Luke Chamberlain. In 2005 hatte ich einen Mountainbike-Unfall und das Ergebnis war eine Querschnittslähmung in Höhe des C4. Ich habe noch ein klein wenig Beweglichkeit in meinen Gliedmaßen. Aber als ich das Krankenhaus verließ, konnte ich mich fast gar nicht bewegen. Aber ich gewann allmählich ein wenig meiner Beweglichkeit zurück. Ich benutzte erst ein paar andere Übungsapparate, aber suchte intensiv nach der Möglichkeit eines Übungsbikes, das ich im Freien benutzen konnte. Recht bald stieß ich dann auf die Burkle Bike Website und mir schien, dass das Bike mehr Möglichkeiten hatte als viele der anderen. Wir beschlossen, die Easy-Lag-Version zu nehmen. Und während ich noch vor ein paar Monaten im Zweifel war, ob ich das Rad wirklich würde steuern können, fand ich bald heraus, dass es viel einfacher war, als ich erwartet hatte. Ich musste nur das richtige Setup für die entsprechende Situation haben. Selbst wenn Sie nur über eine sehr begrenzte Mobilität verfügen, können Sie eine Version finden, die es Ihnen erlaubt, im Freien zu fahren. Man erlebt dann die Elemente ganz anders, als wenn man nur im Rollstuhl sitzt. Ich genieße es sehr, mit dem Easy-Lags draußen zu fahren. Ich genieße es sehr, mit dem Easy-Lags draußen zu lassen. Vielen Dank.